Sehr geehrte Eltern, liebe Zuschauer von TV Rheinterrasse, die Ortsgemeinde Bodenheim führte im November diesen Jahres eine anonyme Umfrage zur Bedarfsermittlung des Betreuungsbedarfs von Grundschülern in der Ortsgemeinde Bodenheim durch. Diese anonyme Umfrage hätte eigentlich schon im März diesen Jahres durchgeführt werden sollen, musste aber aufgrund des ersten Lockdowns dann in den November verschoben werden. Im Namen der Ortsgemeinde darf ich mich bei allen Eltern recht herzlich bedanken, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, denn die Wahlbeteiligung lag sehr hoch bei 71 Prozent. Herzlichen Dank, dass Sie die Ortsgemeinde Bodenheim in ihrer Planung weitere Betreuungsplätze für Grundschüler zu schaffen unterstützt haben. Vielen Dank. Kommen wir zu den Ergebnissen. Die erste Frage lautete, brauchen Sie für Ihr zukünftiges oder aktuelles Grundschulkind einen Ganztagsbetreuungsplatz? Hier antworteten 92 Prozent der Eltern mit Ja und 8 Prozent der Eltern mit Nein. Eine weitere Frage lautete, welche Betreuungsform würden Sie wählen, wenn Sie die Wahl hätten, sprich, wenn es überall genügend Plätze gäbe. Hier antworteten 33 Prozent der Eltern mit, Sie würden die betreuende Grundschule wählen. 64 Prozent der Eltern würden einen Hort wählen und drei Prozent der Eltern würden sonstiges andere Betreuungsformen wählen. Die dritte und abschließende Frage in der Umfrage lautete, ab wann bräuchten Sie denn ungefähr einen Betreuungsplatz? Ja, hier waren die Eltern sich nicht so ganz einig scheinbar, ab wann sie einen Betreuungsplatz benötigen. Das liegt natürlich auch im Kindergarten davon ab, ist es ein Kann-Kind oder ein Muss-Kind. Da waren sich viele Eltern doch sehr unsicher noch. Aber man hat das gesehen, für nächstes Jahr ab 2021 waren die Zahlen doch sehr klar und sehr hoch. Das geht in den nächsten Jahren etwas runter, weil auch viele Eltern an dieser Stelle gar nichts angekreuzt haben. Aber sieht man mal das Gesamtergebnis, dass so viele Eltern einen Ganztagsbetreuungsplatz benötigen, nämlich 92 Prozent, dann ist auch klar, dass die Ortsgemeinde Bodenheim hier daran arbeiten muss, dass weitere Betreuungsplätze für Grundschulkünder entstehen. Ja, alle Ergebnisse können Sie ab dem neuen Jahr auf der Ortsgemeinde Homepage www.bodenheim.de nochmal einsehen. Einmal das Gesamtergebnis, was ich Ihnen hier heute präsentiert habe und unter den Kitas werden Sie auch nochmal die Einzelergebnisse grafisch ausgewertet für die jeweiligen Kitas einsehen können. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Unterstützung der Umfrage und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.